Er hat wieder bock zu zocken, weißt du? Man hat wieder bock was zu erreichen, was zu machen. Und die Map, die ist auch echt ganz cool. Die Map ist echt funny. Wirklich gut gemacht. Well balanced. Die spielt sich richtig geil. Sie ist zwar... Riesig. Riesig und auch enorm belastend, was das Lernen betrifft, weil du... Die Spots, das ist so wenig Copy-Paste. Weißt du, die anderen beiden Maps, da war halt... Ah, ich kenne das eine Gebäude, ich kenne alle Gebäude auf der Map. Hier ist viel mehr Diversity drin. Viel mehr Ecken und Kanten und... Oh, hast du nicht gesehen, Mann. Wahnsinn. Finde ich auch, haben sie echt gut hingekriegt. Aber wirklich, good job, good job. Hier, Steps. Ich sehe keinen. Hier an der Kante. Ja, da ist einer rübergerannt. Die Bank ist, äh... Schild broke. Auch kassiert. Unter dir ist das andere. Ja. Ich schilde mich. Ja. Also, Octane hat auch gut gelitten. Der hat aber Gold. Hast du ihn? Nein. Aber er nicht gleich. Und er weiß auch, wer ich bin, oder was? Ah, ich bin schlecht. Der zieht sich hoch. Irgendwo auf 190. Ja. Auto. Bitte die hier fokussen eigentlich. Ja, ich hab's, 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 hab's. Kommst du klar soweit? Ich muss mit meinem Phoenix knallen jetzt. So, jetzt bin ich mal aus. Alles gut. Scheiße, ich bin tot. I got the Brawler! Glaub, die looten erstmal, ne? Ne, die, die pushen hier. Die sind hier irgendwo. Die sind hier draußen. Da draußen. Oben drauf, ja. 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 Hat passiert. Ich muss mir die Posten zurückziehen. Ah, shit, alter. Die kam nicht vor schon hin. Okay. Ist das ne Lifeline? Was ist das? Wait. Die wusste sofort, wo ich bin. Ja. Draußen wieder. Kommt ein Auto. Aber heil dich erst. Ich werde dich erst komplett vollziehen. Ja. Oh, das ist ein Backpack, ne? Bitte? Golden Backpack. Ach so. Trotzdem vollziehen. Ganz wichtig. Das ist, das ist auch nur einer. Das ist ein Solo. Ah, ne, der ist gar nicht alleine. Komm, lass mal Lowground Warrior machen. Zuletzt. Das ist mein Plan. So, ich bin fast down. Ich bin nicht gut, alter. Ich bin nicht gut, alter. Nein, nein, nein. Nee, nein, nein. Kommen Sie weg? Ich komm noch nicht mehr weg. Ich habe halt zu lange keine Unterstützung jetzt bekommen, alter. Das war zu lange. Ja, aber du hast doch niemanden bei dir, Dicker. Sag mal, ballern die auch aufeinander? Die stehen nebeneinander, die Jungs. Nice, jetzt, 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 retzen. Bitte. Dankeschön. My bad. My bad. Komm. Ich muss halt gucken, was ich nach hinten abhauen kann. Oh Gott. Das ist so tricky. Dankeschön, hast du richtig gut gemacht. War bad von mir. Ich hätte nicht so choken dürfen auf die alte. Da oben drauf. Ich weiß. Ich bin ja erstmal in Deckung, dass ich so nicht... Brauchst du Batteries? Eine habe ich noch. Guck mal, wir können hier craften. Die Lover hier ist, äh, shit low. Ja, und die liegt. Hier oben, hier oben, steps. Noch ne Lover, Red Shield. Oh, das sind zwei Leute. Die Lover hat, äh, sheer broke. Das war nur eine. Ich weiß gar nicht, worauf die gerade geballert hat. Da unten, an der Mauer. Ich hab jetzt jeden Schuss daneben gesetzt. Das ist all gone. Nice. Ja, Mann. Good job, Bro. GG. Schön gemacht, Trixi. Danke für den Rett, Alter. War richtig gut. Werde ich nicht so choken dürfen, die eine Stelle. Alles gut. Du hast gechokt, du hast gemeckert und du hast danach einen Einzigen gehabt. Ah, hier bin ich da. Oh, Trixi war auch dabei. Was ist los? Ich war für den Rett, alles war richtig. Aber doch, war gut, war gut. Ich hätte die eher treffen müssen, Alter. Da habe ich absolut gefällt. Ich glaube, die sind durchs linke Arschloch. Hier. Ist auch nochmal. Ja, 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 nee, 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 die stehen nämlich noch an der Hütte oben. Robo über mir. Steps, steps direkt vor mir. Die disengaged hier. Die shieldet sich hier. Gaddel. Auto. Broke, 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 broke. Ist nur einer gewesen. Ist abgehauen damit oder nicht? Nein. Der ist hier drin. Da ist aber noch ein Team, glaube ich. Hat sie geschmissen, das Ding. Ja, da ist aber noch ein Team, glaube ich. Ja. Lover, slow. Gut gemacht. Wir gucken nochmal kurz, ob hier einer reinkommt hinter uns. Na, negativ. Doch. Echt? Oh ja, I see, I see. Okay, das war nämlich der von der Rave, die ich eben gerade noch weggemacht hatte. Ja, hier, hier, hier. Ja, 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 ja. Das sind zwei auf jeden Fall, das ist ein Full-Team. Oh, ich muss, muss echt die 99 wieder üben. GG. Moin, Pawfleaks. Aktuell sind die kleinen Zellen useless. Die sind sowieso nicht so krass geil. Ich finde das ganz gut, dass man sich echt schön Batteries rausziehen kann. Das gibt auch schlechteren Spieler noch die Möglichkeit, ah, ich habe eine Batterie auf Tasche, ich kann mich heilen. Das ist eigentlich gut. Hey. 태umig. Ich weiß nicht. Je weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020